Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im Video geht es um die Venusfliegenfalle, besser gesagt darum, dass die Venusfliegenfalle schwarze Blätter bekommt und ich möchte euch in dem Video einiges darüber erklären. Erstmal, was ihr dagegen tun könnt und warum das auch so ist. Ja, was hat das mit dem Schwarzwerden der Blätter auf sich? Ist das ein Pflegefeder oder vielleicht doch ein normaler Vorrang? Jetzt kann ich euch erstmal ein bisschen oder teilweise in Warnung geben. In der Regel ist es nichts Ungewöhnliches, wenn die Fangenfallen und auch die Blätter hier von eurer Fliegenfalle schwarz werden. Es ist tatsächlich so, dass sie auch nur sieben Mal öffnen und schließen können. Danach werden sie schwarz und sterben ab, was also kein ungewöhnlicher Vorgang ist. Auch wenn die Pflanze jetzt zum Winter in die Winterruhe geht, werden auch die meisten Blätter schwarz und auch die Fangenfallen werden schwarz und sterben. Und das ist auch nicht ungewöhnlich. Im nächsten Frühjahr, wenn dann wieder die Wachstumsphase der Pflanze beginnt, dann sollten wieder viele neue Triebe auch austreiben. Also von daher erstmal keine Panik, wenn Blätter schwarz werden oder nicht. Oft stellt sich dann auch die Frage, sollte man das, was schwarz wird, rausschneiden oder soll man es dranlassen? Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, ja, macht es. Die anderen sagen, nein, lass es bitte sein. Ich mache immer ganz gute Erfahrungen damit, wenn ich es rausschneide. Meinen beiden Pflanzen hier hat es noch nicht geschadet. Ich habe sie auch schon über mehrere Winter jetzt durchgekriegt. Von daher kann ich klar dafür sprechen, die vertrockneten oder auch schwarzen Blätter aus der Pflanze rauszuschneiden. Ein weiterer Grund für schwarz werdende Blätter sind allerdings Pflegefehler. Wie man die Venusfliegenfalle richtig pflegt, dazu habe ich ein Video gemacht. Das möchte ich euch an der Stelle jetzt hier einmal verlinken. Schaut es euch bitte mal an, damit ihr ausschließen könnt, dass ihr halt nichts verkehrt macht. Die häufigsten Gründe sind, dass die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt und dass auch leider die Venusfliegenfalle zugefüttert wird oder auch noch zusätzlich gedüngt wird. Beides ist bitte nicht notwendig. Ihr braucht also die Venusfliegenfalle nicht füttern. Ihr müsst sie auch nicht düngen zusätzlich. Ihr müsst im Prinzip darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist. Deshalb bietet sich vielleicht hier auch so ein Einmachglas an. Da mag es die Pflanze ganz gern. Ihr könnt auch ab und zu gern mal den Deckel zumachen, gerade vielleicht auch im Winter, wenn ihr heizt. Die Pflanze mag Heizungsluft nicht so gern, weil diese sehr trocken ist und im Prinzip reicht auch fast schon diese Umgebungsfeuchtigkeit hier aus. Gießt nicht zu viel zu. Es muss jetzt hier kein Wasser drin stehen, wenn ihr sie so in einem Gefäß haltet. Wenn ihr sie jetzt aber hier im Topf haltet, dann mache ich es immer so, dass ich hier im Übertopf immer ungefähr bis hierhin, ihr könnt es über die Kamera gar nicht sehen, bis hierhin Wasser aufgefüllt habe. Also zwei Drittel des Topfes sind Wasser. Im Winter mache ich es weniger. Da ist es nur ein Drittel mit Wasser, weil die Pflanze einfach nicht so viel benötigt, weil keine Wachstumsphase ist. Ihr solltet da auch kein Leitungswasser nehmen, sondern am besten Regenwasser und dann sollte eigentlich im Prinzip nicht viel mit eurer Venusfliegenfalle schiefgehen und die Blätter, die schwarz werden, könnt ihr rausschneiden und nächstes Jahr im Frühjahr in der Wachstumsphase werden sich neue Blätter und auch Fangenfallen an eurer Venusfliegenfalle bilden. Ja, wie ihr gerade gehört und auch gesehen habt, besteht in den meisten Fällen kein Grund zur Sorge. Es ist ein ganz normaler Vorgang. Ihr müsst einfach nur die richtigen Pflegehinweise beachten und dann kann auch nichts schiefgehen. Falls ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich empfehle euch nochmal das Pflegevideo zu gucken, für die Venusfliegenfalle. Da ist eigentlich alles erklärt, was ihr über die Pflege für die Venusfliegenfalle wissen müsst und ich hoffe, dass euch dieses Video hier geholfen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!